Dann macht ihr das nochmal stimmlich kaputt. Hahaha, das ist mit auf dem Paar drauf. Haha. Macht ja nichts. So, an alle ein herzliches Willkommen zurück. Und Tschüdelü und Schubidu und was weiß ich. Puffdata, tralala. Puffdata, ja genau. Warte mal ganz kurz. Einmal, einmal. Ja, warte, warte, warte. Ja. Ich warte, warte, warte. Okay, also du musst einmal nach Dingens, ne? Nee, erstmal einmal Steinchen kaufen. Ist doch hier irgendwo, ne? Ja, rumen. Genau. Können wir doch direkt da machen. Das war alles von einer Gasse. Rumen. Ich meine, das ist doch viel einfacher. Ja, ja, klar. Weil die Steinchen-Tante ist direkt neben deiner Magie-Kauf-Tante. Tante. Tante recht. Oh, ich liebe die Musik in diesem Örtchen. Das ist doch die, ne? Ja, die Heilerin. Also, ich habe so wenig Steine verbraucht. Ich brauche kaum welche. Ich mache erst mal ein paar. Ja gut, Maler habe ich, dass ich auch wenig Steine verbraucht. Ironischerweise. So, jetzt wollte ich noch einmal zu meiner Dingens-Tante. Da ist da eine Dingens-Tante. Zaubertante, ne? Mhm. Ich gucke mal kurz, ob ich hier irgendwo was abgeben kann. Ja, kann ich. Bin gleich wieder da. Ja, Segnung und Standhalten. Hier ist es. Ach Gott, wie gerne habe ich die Musik früher gehört. Guck mal, jetzt kann ich direkt. Segnung zwei. Und Segnung drei. Was habe ich eigentlich an Waffen hier bekommen? Oh, das gefällt mir jetzt schon wieder. Beides Highlander, okay. So. Jetzt haben wir hier was ist denn Standhalten. Magieschaden plus 25, Magieverteidigung plus 24. Ja, das sieht ja aus wie ein Buff. Segnung, Schaden plus 25, Magieverteidigung. Ja, das sind doch zwei Buffs, glaube ich, oder? Ja, und nur für dich, nicht für mich. Echt nicht? Nicht, 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 nicht. Nicht für dich. Die kannst du mal nicht, äh, oder steht der Gruppe. Ich meine, die kann man nur... Ja, Zielgruppe. Echt? In der Regel kann man die eigentlich nur alleine einsetzen. Ja. Also nur auf sich... Nein, also eigentlich nur auf sich selber. Warte mal. Oh, Priester. Segnung. Okay, das ja... Ja, Standhalten auch. Steht doch hier unten. Zielgruppe. Ja gut, Standhalten bringt mir nichts. Ich habe keine Magie. Nö, aber Segnung bringt dir was. Ja, ist das aber neu. Das war früher nicht tatsächlich. Ich hatte früher keine Gruppen, was... Ja, vielleicht haben sie es einfach. Wieso, äh, warte mal. Dann muss ich einmal nach Edrina. Ja. Weil ich so viele Rollen habe, verwende ich einfach mal eine Rolle, ne? Ja, klar. Weil hier können wir dann mal nicht unsere... Oh, Hallöchen. Willst du denn? Äh... Ich habe Altergeisterstaub, Ed... Edelsteinstaub und Dingenstaub. Belohnung. Boah, wieder so kurz vorn. Boah, etwas zum Abgeben. Ja, jetzt habe ich mal wieder ab. Oh, warte mal. Hier ist doch dieses ganze Alterzeug. Alter. Ja, sag ich doch. Weißt du, hörst du mir überhaupt mal zu? Ja, ja, doch. Ne, du hast mir nicht so. Doch, doch. Ne. Alter Edelsteinstaub. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass du mir mal zuhörst und dass du es dir auch noch merkst. Beides. Liegt bei mir. Soll auch gar nicht 50 kaufen. Ja, du kannst es aber nur mal nicht eins mehr kaufen. Das kannst du wieder... Wobei... Ah, ne, doch. Ich mache ja die Steine. Also, äh... Dir bringt es nichts. Mir bringt es aber was. Also, du kannst es dann wieder verkaufen. Aber Dings kannst du ja nicht. Geisterstaub hat sie mich, oder? Oder bin ich blind? Natürlich. Ich denke, über den blauen. Übersehen, übersehen, dem Seenstaub. Jo, blind ist er. Hast du recht? Ja, natürlich habe ich recht. Sag mal. Ich habe es doch gerade eben selbst gekauft. Unglaublich. Ach ja, wie fällt noch der Giftboats. Warte mal. Müsstest du mir danach nur gleich wiedergeben. Ja. Und du müsstest dafür von deinem... Ja. Sonst kriege ich mich hin, nämlich gleich du modem nicht. Entschuldigung. Ah, schlug. Was? Äh, was? Dann habe ich das gelockt. Wurde du auch die einen ganzen anderen Sachen haben? Du hast übrig bleibt von dem... Geisterstaub, Edelsteinstaub und so? Äh, ne, brauche ich nicht unbedingt. Okay. Dann kriegst du jetzt da jetzt wieder. Die Giftboats. Was hast du denn? Grusches hat mir einen Rennwagen... Smiley... geschickt. Und ich weiß, wie du bis jetzt nicht, was er damit meint. Kann heißen, dass er nach Hause fährt, dass er sich beeilt. Kann sein. Kann so vieles bedeuten. Hast du? Ja. Dann kann ich den Rest eigentlich wieder verkaufen jetzt, ne? Ja. So kann ich ja auch nochmal ganz kurz zu meinem Lager gehen und das alles einlagern. Das kannst du gerne machen. Weil den ganzen Händlerkram, den mache ich dann ja... Bei Zeiten, also das mit dem Herstellen und so, mag ich dann bei Zeiten mal. Bei Zeiten... Du kannst dir einzeln verkaufen, kannst du die Kacke, aber nicht einzeln kaufen. Ich finde das nicht so lustig. Doch, ich schon. Ja, ja, das merke ich. So, jetzt muss ich... Wo war nochmal hier meine Magier-Tante? Vielleicht kann ich ja... Direkt hier in der Nähe, wo ich auch bin. Ja. Ah ja, da oben auf dem Platz. Stimmt. Und da kann ich auch nochmal gucken, ob ich hier... Zapp. Bin ja jetzt wieder ein bisschen aufgestiegen. Bis zum letzten Mal. Also ich kann Heilung bis... Kann ich schon? Nee. Das kann ich neu kaufen. Das kann ich kaufen. Das geht noch nicht. Das geht ebenfalls noch nicht. Das geht ebenfalls noch nicht. Das geht auch nicht. Da ist man gerade aktuell. Das wollte ich doch nur wissen. Okay. Zwei Sachen können ich mir wenigstens... holen. Ich bin meine Meisterin auch da. Um mich wenigstens so ein bisschen zu erhöhen wieder. Hast du mich gerade Meisterin genannt? Nein. Das ist schön. Ich habe gesagt, wo ist denn meine Kleisterin? Deine Kleisterin? Ja. Also Grab im Rebstock. Jo. Da wollte ich nur ein riesiges Teil. Ich brauche ja auch eine ganze Menge. Ich kann gleich noch eben schnell noch einmal Dings einschmeißen, die ganzen Schriftrollen. Äh, ja, stimmt. Kann ich auch einmal machen. Und was ich denn noch suche... Und hier mal so ein bisschen meine... Sachen, die jetzt verbrauchen, die ich im Inventar habe. Ausweichen. XP-Boost. Dann Schaden. Ja. Ich habe sowieso einen Schaden, aber... Was hast du jetzt gesagt? Ja, weil es ja auch stimmt. So. Hab's gleich. Ich auch. Glaube ich. So. Ich hab's. Warte. Ah, hier habe ich nur noch Auge des Magierstabs. Ich weiß, du hast hier noch ein bisschen mehr als ich. Wo sind wir denn? Wunsch ein Grab. Wunsch ein Grab. Ja, fliegender Stab, fliegender Stab, Magierstab, Auge des Magierstabs. Und der scharfe Eckzahn aus dem Grab. Ah, bewegt dich doch nicht. Geh doch mal daheim, wo du eben warst. Guck in die Kamera. Hä? So? Nee, die andere, das andere rechts. 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 Gerade links. Ja, genau so. Danke. Ach, wegen Bild. Ach ja, Bild. Die Sumplates machen wir nach der Aufnahme. Da müssten wir an verschiedene Orten jetzt reisen. Das ist jetzt gerade nur für Frühstück gewesen. Ach so. Zeigen, wie gut du aussiehst. Ach so, ja, kann ich verstehen. Ich präsentiere mich ja auch gern. Mhm. Na los, wo müssen wir hin? Gehst du noch? Ja. Ach so. Ja, du bist so ruhig. Ja, ich weiß. Ich beobachte, wie ich mich hier elegant bewege. Ach so. Ja, ich auch. Also, wie ich mich elegant bewege. Ja, du hast aber nicht so ein schickes Outfit wie ich. Aber dafür ein fettes Kanickel. Das stimmt. Siehst du? Ich habe aber einen süßen Schneeleoparden. Ja. Upsa. Warte, mach mal das Ding. Aha, ja, oben. Gerade im Rebstock. Ja, ich möchte aber einmal was ausprobieren. Okay. Und zwar, weil ich hier auch episch, also, ich habe eine epische Quest. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wo sie ist. Deswegen will ich einmal, weil wir ja gerade in der Gruppe sind, gucken. Du darfst dich wahrscheinlich nur in der Teufelsmine nicht bewegen. Weil wahrscheinlich bist du dann schneller tot, als du gucken kannst. Ich weiß auch gar nicht, ob du vielleicht reinkommst oder nicht. Ja, das ist ein rotes Tor. Ja, da kannst du rein. Bei mir ist es auch. Nee, ich kann nicht rein. Nicht? Ich bin gleich tot. Das bin ich. Aber rein kann ich nicht. Äh. Ich nicht. Sie haben mich gekillt. Nein, das ist ja nicht schlimm. Du hättest einfach nur mit links gelegt, oder ging das auch nicht? Nein, nein, gar nichts. Das hat nichts angezeigt. Ich konnte einfach durchreiten. So, also gerade im Rebstock. Ja, aber warte, warte, warte. Ich komme da zu dir hin. Okay, dann geht das wahrscheinlich nur, wenn du Level 40 bist. Warte mal. Guck mal kurz. Guck mal kurz. Ach, okay, ja. Das erklärt's. Oh, jetzt haben wir, du, du hast. Ja, ich weiß, das ist niemand drin. Die nutzt mal bitte deinen. Reiz hier? Ja. Scheiße, dass ich dir den XP-Boostig schenken kann, den ich noch habe. Das glaube ich noch einen habe. Ne, ich glaube, den habe ich schon immer letztes Mal eingeworfen. Ich darf jetzt nicht vor dir, also, na gut, bis Stufe 50. Bis ich Stufe 50 bin, solltest du eigentlich noch... Ah! Eine Abfahrt zu früh. Das hier ist die Abfahrt, die ich für heute. Nicht die hier, eine weiter. Hallo, wartest du mal? Ja. Ich bin dir die Meisterin. Das rennt ja da vorne. Ja. Unverschämtheit. So. Irgendwann links war das, ne? Ja, genau. Da war Eckzahne, aber... Ja. Evo, ich hatte mir das hier angezeigt. Tja, genau, die 1 ist bei mir. Wir gehen immer, wir gehen quasi drauf zu... Ah! Ne, warum nicht? Grabfolge nicht? Ey, ich guck schon, ob die Monster hier irgendwas fallen lassen. Kaputte Knochen raus, Leder. Kraftwürfel vielleicht? Nee, auch kaputter Knochen. Nee, wer hat mir das denn? Nee, wer hat mir das denn... Also wir sind... Hier! 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 Ja, 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 ja. Er liegt da. Wo? 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 Da! Hallo! Dankeschön. Soll ich die Quiz nämlich auch abgeben? Ach, scheiße, ich muss mir schon wieder die Schaftronne einschmeißen. Ach so, stimmt ja, du bist ja gestoppt. Ja! Das könntest du aber auch im Gehen tun, das weißt du, oder? So, ja, natürlich kann ich das auch im Gehen machen. Wenn du das möchtest, war das auch im Gehen. Ja, weil ansonsten besteht der ganze Part nur daraus, wie wir warten und ins Rollen reinpfeifen. Ja. Ohne schlecht. So gut. Ja, nee, muss ich schnipseln. Ich hab nicht so viel Zeit zur Zeit zum schnipseln. Annipseln? Mit, äh, Welpen zuhause ist das nicht mehr ganz so einfach, dass ich das stundenlang an einem Video schneiden kann. Puh. Ja. Das stimmt. Weil wir sind schon wieder bei 17 Minuten und haben in diesem Part nichts geschafft. Oh, ich hab dich kuriert. Danke. Bitte. Will ich schnipseln müssen? Naja, gut, wir haben ja einen 40 Minuten Part, den musst du ja schnipseln. Ja, aber da brauche ich nur einen einzigen Cut reinsetzen. Na gut. Ein Cut ist nichts im Vergleich zu 30 Cuts. Das stimmt. Und passend, dass, äh, man nicht mitten in einem Satz anfängt. Hier. Da hast du natürlich recht. Ja, natürlich hab ich das. Ist er da? Was? Ich hab nur Quester gegeben. Ach so. Muss ich hier auch zwischendurch machen. Ja, natürlich. Damit ich meinen, äh, Levelfortschritt behalte. Ja. Ja. Ne, die Gäste brauche ich ja gar nicht mehr. Oh, aber sie greifen mich dennoch an. Nervigen kleinen Racker. Keine Scheiße, die. Ja, aber wirklich. Boah, ich hoffe, ich, äh, finde heute bei Skyrim keine, äh, Skyrim, äh, Skyrim, bei Witcher keine Spinnen wieder. Aber das ist, äh, scheint wohl echt seltsam zu sein, dass man erst, äh, Spinnen nach 80 Stunden trifft. Okay. Ich glaub, die meisten, die meisten laufen den Viechern schon eher über den Weg. Ja, das kann natürlich sein. Also hier gibt's immer mal wieder so kleine Kastik. Naja, du hast das, du hast das quasi so weit rausgezögert, unbewusst wie möglich. Ja, das stimmt. Denk an deinen Mana. Ja, ist alles gut. Ich wollt's dir noch sagen. Ja, ja, gut, gut. Rüber edelstand Stelb. Oh, ganz staubig hier. Oh, das Trinken. Schacht, war das schlecht. Ist mir egal, kannst ja rausschneiden. Willst du? Ne, Sofia, was mach ich mir denn doch nicht? Ne ne? Ne. du brauchst es auch nicht tun ja ich würde es ja auch nicht tun also selbst wenn ich es tun könnte wüsste sollen würde du weißt was ich meine weiß ich das gehe mal davon aus hier mal diese kleinen frechen monsterchen hier ja sie hätten ja wenigstens mal musik mit draufpacken können musik doch die erz bei das brauche ich auch spiders in my head sehr ekelhaft ich weiß ich weiß ich weiß so Achso. So. Robo Schwert. Ich glaube immer Robo ist. Pink Bluffey Robocop is dancing on Sandburg. Nein, ich glaube nicht, dass Robocop pink ist und Fluffy ist er auch nicht. Ich habe ja auch nicht. Oder doch, ne, pink habe ich nicht gesagt. Ich meine doch. Habe ich pink gesagt? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du hast Pink Fluffy Robocop gesagt. Weiß ich nicht. Sehe ich dann. Scheiße. Was hast du denn für Sorgens? Würdest du nicht verstehen. Oh nein. Ja, jetzt kommst du nicht mehr mit, ne? Doch, aber... Oh nein. Behindert. Das macht ja nichts. Äh. Äh, ja. Ist da nur Witcher dran? Äh, oh Gott, ich denke. Ich denke. Witcher. Ja. Im Liebsten würde ich mich ja vorher nochmal hinlegen, aber das... Lohnt sich wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Ne. Es sei denn, ich mache eins später. Aber... Ach, ja, ich weiß es doch nicht. Da brauche ich auch mal was, Penny. Ähm... Wir machen jetzt hier aber erstmal einen kurzen Cut und sehen uns dann gleich wieder. Mit diesem wunderschönen Spinnen. Ciao. Tschüss.